Khloe Kardashian Und sagen wir mal sehr hochgradigen Kandidaten Khloe, 31, entschied sich für Bill Clinton, Barack Obama und George W. Bush Also, welcher Präsident wurde ihr Freund und welchen hat sie geheiratet? Sie sagte, selbstverständlich war Präsident Obama ihre Wahl für die Hochzeit Und sie müsste mit George befreundet sein Was bedeutet, für den Spaß bleibt Bill Clinton übrig? Khloe schrieb, ich denke das bedeutet, ich mach's mit Bill Khloe Kardashian hat ihre Präsidentenwahl bekannt gegeben Zumindest in Sachen Liebe, Bett und so weiter